Und herzlich willkommen zu Call of Duty Ghostbar Nummer 16. Wir sind mitten im Krieg. Nicht vom Kurs abweichen. Diese Panzer müssen vor Ort sein. Kommando enden. Das Rana anstandende Panzer-Division. Verstanden. Petscher 2 bereit. Gut, dann wollen wir mal. Waffensysteme fahren hoch. GPS funktionsfähig. Panzer ist bereit. Petscher! Bereit! Ha! Haftung, Mehrwert, Ziele nähern sich. Mein Bein! Einen hat zerreht! Öffne Flassraumtüren! Kraftfahrwetter nicht! Oh oh! Der andere Panzer ist kaputt, oder was? Entkomme den Panzer! Jo, bis später! Jo, genau in der Lade! Denken wir? Ja, wir lenken. Wuuu! Der Panzer fällt gar nicht so langsam. Der fahrt ja 50. Einfach ein paar bisschen Strom hier wegmachen. Wir sind bereit. Allzeit bereit. Komm mal los! Wir haben nicht Kontakt, Bravo! Wir kommen auf der Party! Jo, willkommen, willkommen! Ich sehe hier keine Gegner, aber gut! Ich sehe hier nicht! Wir sind die Gegner! Oh, wir schießen wir denn! P! Okay! Weißig! Weißig! Weg mit dir! Woah! Wuuu! Und weiter. Wir sind ein super Panzer. Warte, wir haben noch einen Helene. Dann weiter. Wir waren gerade noch zu selbst. Der Rest ist tot oder was? nach vorne sehen wir wie viel das brinnte aber gar nicht mehr einfach durch Weg mit dir. Weg mit dir. Hey, hey. Die Scheiß-Jets müssen weg. Das ist so gefährlich mit den Jets. Bin ich da durch? Ich bin ein großer Panzer, kommt da nicht durch, so was. Okay. Weg mit dir, Panzer. Wuuu. Ne, da war ja wirklich... Hey, Leute. Wuuu. Pff. Der muss weg. Noch drei. Takashi. Da-da-da-di-si. Fadisien. Jo, danke, dass ihr mir halt vorhört. Verpüsse dich jetzt mal. Guck mal. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Boom. Noch einer? Jo, 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 was geht hier ab? Jo, jo, jo. Geht hier im Bataillon und dann direkt zur Echo 32. Primärziel unterwegs in Foxtrot 9. Ghost-Team ist unterwegs. Wiederhole. Ghosts unterwegs. Ghosts müssen da hin, okay. Starteinrichtung voraus. Wir sichern den Kontrollraum und starten die Föderationsrakete auf das Ziel. Crash, Merrick hier. Wir haben Bestätigung, dass Rock in der Einrichtung ist. Aber die Rakete muss vorher gestartet werden. Neue, 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 neue. Oh, der Ton ist ja ekelhaft, finde ich. Der Ton ist ja ekelhaft, Mann. Was macht ihr da? Wir sind Ghosts. Wir machen das alleine. Nein. Sprich doch jetzt einfach rein, Hesh. Okay. Wollen wir so. Das Glas habe ich auch nicht vorher schon kaputt gemacht, aber egal. Boah, was geht hier ab, Mann? Alter, ich habe so viel erledigt, ne? Wir sind ja trotzdem noch 1000 Einheiten. Yo. Gut, dass du weißt, wo wir hin müssen. Zeit zum Mikrovisieren. Auf der Zeichnung. Ich gehe rein. One, two, three. Ach, hier haben wir kaputt gemacht. Hier haben wir kaputt gemacht. Kommando, Startzentrale gesichert. Merrick, Flugbahn aktualisiert. Bereiten Start vor. Achtung, zahlreiche V-75 Mantis-Geschütze im Gebiet. Zustanden. Neto macht den Weg frei. Kommando Ende. Start. Wir lassen das Ding. Okay. Pakete starting. Okay. 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 Zeit bis zum Aufschlag. Start war erfolgreich. Tumante bestätigt. Gute Arbeit, Jürgen. Wollt ihr das? Das ist troch. Merci. Sie geht auf die Uhr über das Bahnsystem unter. Merrick, die Rakete ist raus. Einmal einen Hinweis auf Rock. Wir holen ihn uns. Negativ Hash. Zurück zum Sammelpunkt. Wir spülen ihn gemeinsam aus. Sorry, Merrick. Du bist hier fertig. Wir nicht. Oh. 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 Geboten und er ist mit der Aussage, Kumpel. Mann, lass mich doch mal jetzt mal an meiner Waffe lachen haben. Das ist ja schlimm hier. Das ist ja gegenwärg. Die Waffe ist cool. Keine Verrater. Die Waffe ist cool, Mann. Die Zeit wird knapp, glaube ich. Ich habe irgendwie Angst, dass die Zeit so knapp wird. Das ist nicht gut. Oh, Mann, nein! Ja, wir müssen da hin, ich weiß, aber Okay, da ist auch gar nichts dagegen Ich schieße immer das Ding der Ihr frisst Kanaten Der Zug fährt Ich bin drin, tschüss Oh, ganz lösisch Ganz lösisch Oh, ganz lösisch Okay, da sind wieder 5 Panzer oder so So, hier müssen wir weiter her Alles, alles Oh, hier geht die Zeit ja weiter Oh, denk mal, man hat getrödelt da, ne Juhu, dann wäre das ja hier zu knapp Scheiße Das müssen wir uns sagen Durchsprecht die Mauer Wenn das Luftabwehr ist Warum sind die Helikopter noch am Leben Kurze, wo sind meine Helikopter? Helikopter ist weg Komm her Wow, wow Oh, ich weiß nicht, ob die Helikopter direkt weg waren Oh, ich weiß nicht, ob die Helikopter direkt weg waren Gebums Oh, ich weiß nicht, ob die Helikopter ist 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 Verliere die Traulingsflüssigkeit, welcher 1? Geschütze bereit! Vor der Weg! Vor der Weg! Scheiße! Geschütze sofort zerstört! Auf die Gute mal nicht her! Ziel ist ausgefallen! Weiter feuern! Weiter die Letzten! Geschütze sofort zerstört! Kommando Luftabwehr wurde ausgeteilt! Der Weg für das Paket ist frei! Alle Hände! Bereich evakuieren! Ladung ist unterwegs zu ihrem Koordinat! Wiederhole! Ladung unterricht! Bewegt einen Arsch, Soldat! Der 2 ist außer Gefecht! Wiederhole! Der 2 ist außer Gefecht! Eine der Mannschaft lebt noch! Start Ende, Koi! Jo, ich komm! Ich bin verletzt, Mann! Hilf mir! Auf den Panzer! Oh yeah! Schnell, 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 schnell! Lassen keine Mann zurück! Nein, dieser Helikopter! Feuer auf diese Weile! Boah! Für das Unsache, ich weiß es nicht! Oh yeah! Kommt es, kommt es! Wui! Wui! Sturz! Kommando, der Komplex ist zerstört! Wiederhole, zerstört! An alle Einheiten, Kommunikation getrennt! Grünes Licht für Phase 2! Wiederhole, Phase 2 freigegeben! Phase 2! Wui! Icarus, Brutemission erfolgreich! Sie sind blind! Beginnen Sie den Angriff! Verstanden! Zweite Stufe abgetrennt! Nähern uns ziel! Icarus, hier Kommando! Wir sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben! Das ist ziemlich groß, Kommando! Ein ganzer Ring, Föderations-Satelliten lädt gerade auf! Merrick hier! Wir halten hier uns nicht lange durch! Rein da, uns erledigt ist! Verstanden! Gehen rein! Schwere Föderations-Verstärkung greifen unsere Botenkarten an! Lagebericht! Gut, aber ich würde mal sagen, das war Part Nummer 16 von Call of Duty Ghosts! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!